Oh, herrlich gespielt. Kein Abseits von David auf Lars. Jetzt ist er. Oh, jetzt ist er. Ja, nein, das gibt's nicht. Ibo. Klasse gespielt von Lars auf Ibo. Schade, das wäre das 1 zu 0 gewesen. So, jetzt aus der Abwehr heraus. Onor. Jetzt schauen wir mal. Onor. Und? Jawohl, 1 zu 0. Klasse gemacht von Onor im Solo. Ibo zum 1 zu 0 gegen Adlira. Hin zum Auto Center. Also 1 zu 0. VfL. Klasse Solo von Onor. In der 14... Ne, Quatsch, das ist die neunte Spielminute der ersten Halbzeit. Ibo hat in der Kempf. Klasse gemacht, Ibo. Zum 2 zu 0 in der 13. Spielminute. 2 zu 0 gegen Austria. Autohaus, oder was? Schön gemacht von Ibo. Oh, vorsichtig, mit Abseits ist keine Abseits. Die 2 hat aufgehoben. Lars, herrlich gemacht. Jetzt schauen. Jawohl, nein, ich krieg die Krise. Riesenchance von Onor nach super Vorarbeit von Lars. Schade, das wäre die letzte Spielminute der ersten Halbzeit. Da ist das 3 zu 0. Wer war's? Ibo war's wohl. Jetzt war ich zu spät dran hier. Verdammte Kiste. 3 zu 0 gegen... Das VfL gegen die... Austria. Autohaus, irgendwas. Allerdings! Que es war's! mehr Zeit! . Vielen Dank.